Ein Wasser mit einem außergewöhnlich hohen Kohlensäuregehalt und Bicarbonatalkalin ist die Besonderheit der Therme von Ravi, wie Pejo im Valdi Sole, dem Sonnental, an der Grenze zur Lombardei gelegen. Fast 1,7 Millionen Kurgäste hat dieses Wasser bereits nach Ravi geführt. Danilo Antonelli ist klassischer Kursänger und hat Stimmbandprobleme. Sein Arzt hat ihm eine Kur in der Therme Ravi empfohlen. Hier werden unter anderem arthro-rheumatische Beschwerden, Gefäßkrankheiten sowie Magen-Darm-Erkrankungen erfolgreich behandelt. Eine weitere Besonderheit ist die Heilung von Hals-Nasen-Ohren-Problemen. Ich bin Chorsänger und hatte Probleme mit den Stimmbändern, die geschwollen und entzündet waren. Ein HNO-Arzt hat mir eine Inhalations- und Aerosolkur im Kurhaus Ravi empfohlen. Ich bin jetzt seit zehn Tagen hier und spüre schon eine bemerkenswerte Besserung. Außerdem ist so eine Kur auch in Zukunft ratsam, denn dabei wird die Stimme gestärkt. Einzigartig, zumindest in Italien, ist die Behandlung von Cellulitis mit natürlichem Kohlendioxid. Eine Anwendung, die bereits sinnvoll ist, bevor die ersten deutlichen Anzeichen einer Orangenhaut offensichtlich werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017